Es war eine sicherlich denkwürdige Pressekonferenz, die vor wenigen Tagen bei der Handwerkskammer Koblenz stattfand. Der als Kammerrebell bekannte Kai Böttinghaus, Geschäftsführer des Bundesverbandes für freie Kammern, erläuterte zusammen mit HWK-Präsident Kurt Krautscheidt, Hauptgeschäftsführer Alexander Baden und dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer Wolf-Dietrich Biermann ein neues, beispielhaftes Konzept zur Bemessung von Investitionsrücklagen von Kammern. Zuvor hatte bereits im März 2015 das erste Treffen zwischen der HWK-Spitze und Böttinghaus stattgefunden, bei dem Krautscheidt und Baden neben einer Aussprache zu Aufgaben und Strukturen der Kammer sowie der Weitergabe von verschiedenen Kennzahlen auch deutlich machten, dass auch um die durch den BFFK häufig kritisierten Rücklagen von Kammern in Koblenz Transparenz herrsche. Ich fand das angenehm, erfreulich angenehm, ein bisschen auch überraschend angenehm, weil wir natürlich durchaus in den letzten Jahren ganz andere Erfahrungen mit Kommunikation mit Kammern gemacht haben und ich fand es auch deswegen besonders, weil ich mir schon darüber im Klaren bin, dass diejenigen, die hier in der Kammer Verantwortung tragen, damit auch schon ein Stück weit ein Risiko eingehen. Nach dem ersten Treffen wurden umfangreiche Unterlagen vorgelegt, die der BFFK einer gründlichen Prüfung im eigenen Haus unterziehen konnte. Nach Sichtung aller Zahlen und Fakten zum Haushalt wie auch zu den Rücklagen durch den BFFK stellt der Hauptgeschäftsführer Böttinghaus jetzt zusammen mit der HWK-Spitze das Ergebnis dieser Analyse vor. Das Besondere sieht Böttinghaus darin, dass es jetzt ein Konzept gibt, ein nachvollziehbares, transparentes Konzept, ein Konzept, was sich der Kritik und der Auseinandersetzung stellt, meiner Meinung nach auch stellen kann, nachdem diejenigen, die möglicherweise mit Beitragsbelastung, mit Rücklagenbildung nicht einverstanden sind, diese Kritik äußern können in einer sachlichen und fachlichen Debatte. Ich halte das für ziemlich einmalig. Ich erlebe, das kann man in Deutschland sagen, dass sie ihre Rücklagen natürlich zweckgebunden und sachgemäß gebildet haben und ich habe aber noch nirgendwo erlebt, dass es tatsächlich dahinter so fundierte Konzepte zur Ermittlung des Bedarfs gegeben hat, verbunden mit der Transparenz, diese Konzepte und diese Zahlen dann auch einer Auseinandersetzung auszusetzen. Böttinghaus lobte damit eindeutig die Erfahrungen, die sich aus der Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Koblenz ergeben haben. In Person Präsident Kurt Krautscheidt und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden, der auch erläutert, wie komplex die Motive für die HWK waren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben uns aufgrund eigener Überlegungen, aber auch aufgrund der Gesetzesinitiative in Rheinland-Pfalz hinsichtlich eines Transparenzgesetzes dazu entschlossen, unsere Haushaltslage, unsere Vermögenslage und unsere Kassenlage transparent zu machen, damit wir unsere Mitglieder überzeugen können, dass die Beitragsveranlagung, die wir jedes Jahr durch die Vollversammlung beschließen lassen, korrekt ist und angemessen ist und dass bei den Mitgliedern auch der Eindruck entsteht, für meinen Beitrag bekomme ich eine äquivalente Leistung. Diese Erkenntnis kann er ja nur treffen, wenn er weiß, was mit dem Geld gemacht wird. In dem Zusammenhang haben wir uns auch entschlossen, nicht nur die Vermögenslage offenzulegen, sondern auch die Gehälter offenzulegen. Und heute haben wir gemeinsam mit dem BFFK eine Investitionsmatrix vorgelegt, die aus den bisher allgemeinen Rücklagen nunmehr konkrete Rücklagen macht, die ganz bestimmten Investitionsvorhaben zugeordnet werden, damit kein Geld irgendwie auf einem Konto schlummert, ohne dass es dafür einen Sinn und Zweck gibt. Und wir sind heute dafür gelobt worden, dass wir das als erste Kammer in Deutschland in dieser Intensität und Tiefe gemacht haben. Wir hoffen genauso wie Herr Böllinghaus auch, dass das andere Kammern respektieren und nachmachen. Und wir wissen auch, dass die Landesregierung diese Transparenzinitiative, die wir hier betreiben, äußerst gut findet. Von Anfang an eingebunden in dieses Verfahren im Rahmen der HWK-Transparenz-Offensive war der neutrale Wirtschaftsprüfer Wolf-Dietrich Biermann, dessen Ansatz aktuellen Stand und weitere Zielsetzung so beschreibt. Wir sind um Hilfe gebeten worden an der Stelle, als die Handwerkskammer Koblenz sich fragte, ob man mit dem BFFK einen konfrontativen Kurs oder einen auf Konsens bedachten Kurs fahren sollte. Und die Entscheidung war ganz schnell. Man sucht den Konsens, man will Transparenz, man will Offenheit, man will die Dinge darlegen, wie sie sind. Und hier herrschte der Eindruck, dass die Einschaltung eines neutralen Wirtschaftsprüfers diese Vorgehensweise noch unterstützen könnte und noch glaubhafter machen könnte. Die Frage nach dem heutigen Stand, wir sind gut vorangekommen. Naturgemäß ist die Einführung einer neuen Systematik mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Es ist auch noch nicht abgeschlossen, insbesondere auch unsere Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber ich würde sagen, wir sind so bei zwei Drittel der Wegstrecke. Und Biermann nennt auch eine elementare Änderung bei der Berechnung von Rücklagen, die er so erklärt. Dahinter steckt, dass die Rücklagenbildung in der Jahresrechnung der Kammer ein ganz wesentliches Element ist, auch bei der Beitragsbemessung und bei der Beitragsgerechtigkeit gegenüber den Mitgliedsgenerationen, dass die jetzt in dem neuen System wesentlich transparenter ist. Ich habe das alte System mit einer Blackbox verglichen, weil es für Außenstehende in keiner Weise transparent oder nachvollziehbar war. Das jetzt eingeführte System strukturiert die Rücklagen in einer Art und Weise, die sehr stark objektbezogen ist, die präzise ist, die nachvollziehbar ist. Und das ist insofern schon ein ganz erheblicher Quantensprung, könnte man fast sagen, weg von einer reinen, prozentual geschätzten Größe hin zu einer detailliert begründeten Rücklagenbildung. Die insbesondere den Mitgliedsbetrieben wesentlich deutlicher darstellt, wo und in welchem Umfang Kammerinvestitionen vorgenommen werden. Das kommt den Betrieben wie auch der Kammer selbst zugute, wie Präsident Kurt Krautscheid beschreibt. Die Neuerung daran ist einfach, dass wir sagen können, dass wir sehr, sehr viel konkreter unsere Rücklagen beziffern können und auch damit natürlich in Zukunft sehr viel genauer beziffern können, wie wir mit unseren Rücklagen dann auch speziell umgehen. Sowohl bei Investitionen in Gebäude, bei Erhaltungsmaßnahmen, bei Geldern, die wir für Ausbilder und Ausbildungsstätten brauchen, damit sehr viel konkreter umgehen können. Ist also für uns genauso ein Zugewinn, wie auch sicherlich eine BfK sagen kann, wir haben eine Vorzeigekammer in Koblenz, warum bitte machen die anderen es nicht genauso. Krautscheid selbst führt ein Dachdeckerunternehmen und ist damit Kammerbeitragszahler. Insofern sieht er die Transparenz-Offensive der Kammer und ihre Folgen auch aus Sicht der Handwerksbetriebe und gewinnt der Entwicklung klare Vorteile ab. Also ich fühle mich persönlich, wenn ich ein Zwangsmitglied in einer Kammer bin oder ich muss einen Zwangsbeitrag bezahlen, möchte ich schon sehr wohl wissen, was mit meinen Geldern passiert. Deshalb nicht mehr als richtig oder eigentlich auch im Grundrecht alle unserer Mitglieder zu wissen, wofür Rücklagen unserer Kammer benutzt werden oder gebraucht werden. Und das dokumentieren wir sehr, sehr gerne und werden das auch zu den nächsten Vollversammlungen sicher sehr viel transparenter darstellen können. Für mich ein klarer Zugewinn für jedes Kammermitglied. Und Kurt Krautscheid ist auch zu Recht stolz darauf, dass die Koblenzer Handwerkskammer hier bundesweit vorgeht, was auch für eine offene und moderne Kammer steht. Ich finde es schön, ich finde es schön oder auch toll für uns im Hause, dass wir einfach zeigen können, wenn man ein Problem erkennt und fasst es an, hat zwar ein gewisses Maß an Zeit und auch in unserem Hause an Manpower, wenn man es so sagen kann, gekostet, ist es uns aber wert, wenn wir auf der anderen Seite sagen können, ein kleines Zwischenziel ist wieder erreicht. Man hat ja auch strategische Erwartungen an eine Kammer oder auch an sich selbst, die man sich so ein bisschen vorstellt, wie kann man eine Kammer etwas umgestalten, etwas moderner, etwas transparenter machen. Und jetzt sind wir wieder bei unseren Mitgliedern. Wir haben fast 20.000 Mitglieder bei uns in der Kammer. Und ich denke, dass sie alle ein Interesse daran haben, dass unsere Kammer modern und transparent aufgestellt ist. Modern, innovativ und offen, das gilt in besonderem Maße für die Nacht der Technik, die am Samstag, 7. November, zwischen 13 Uhr und 1 Uhr nachts in den Berufsbildungszentren der Handwerkskammer Koblenz in der Augusthorststraße 6 bis 8 stattfindet. Ein Programm der Extraklasse wartet auf die Besucher, das über zwölf Stunden mit Shows, Vorträgen, Experimenten und Ausstellungsbereichen aus Wissenschaft, Forschung, Technik und Handwerk seine großen und kleinen Besucher begeistern und fesseln wird. Das Programm entführt in ferne Galaxien wie auch ins Erdinnere und erklärt einfach und verständlich wissenschaftliche Erkenntnisse zu Entwicklungen im Weltall wie auch zu Aktivitäten unter unseren Füßen. Zur Stadt der Zukunft Mobilität von morgen oder künftige Möglichkeiten der Energieerzeugung. Über 60 Veranstaltungen werden im Metall- und Technologiezentrum, dem Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation sowie im Bauzentrum faszinieren. 70 Aussteller bringen sich außerdem in die Nacht der Technik ein. So wird jedem der erwarteten 10.000 Besucher etwas geboten. Zusätzlich gibt es Informationen zu beruflichen Karriere im Handwerk und zu den über 130 Berufen, die dieser spannende Wirtschaftsbereich bietet. Alle Informationen aus erster Hand und vor Ort. Mehr Informationen zur Nacht der Technik im Internet unter nachtdertechnik.de und in der aktuellen Ausgabe des Magazins Handwerk Spezial vom 4. November als Beilage der Rheinzeitung.